Hey Peter, da ist nichts in Ordnung, will? Ja Hans, das ist echt nicht mehr der Knaller, will ich weiß. Ich hab echt die Stauze voll von meinem ganzen Kumpf erzählt. Ihr sitzt nur zu zweit in diesem Bus. Der eine hier vorne und der andere da hinten. Warum könnt ihr verdammte Axt nicht zusammensitzen? Ui, der Busfahrer ist nicht beschwert. Ja gut, gehen wir da hinten. Stopp. Störende Busfahrer eigentlich schreiende Kinder? Also ja, also nein, jein. Kinder machen Lärm, das ist ganz klar. Kinder müssen sich entwickeln, Kinder sind da und die schreien auch mal. Der Busfahrer kann euch natürlich dementsprechend auch zur Ruhe bitten. Ich sehe das immer so, ich selbst bin auch Vater und ich war auch mal jung und ich kann das alles nur ein bisschen nachvollziehen und jeder war mal jung und leider vergessen viele ältere Menschen einfach, dass sie auch mal jung waren. Aber so ein bisschen Ruhe in der ganzen Situation reinbringen, kann niemandem schaden, euch nicht. Der Busfahrer wünscht mir den Hans dabei. Ich gehe bei euch bei euch. Vielen Dank.